Willkommen zum Topspiel der A-Liga Hünfeld-Hersfeld. Auf dem Platz des SV Rückers empfing die SG Braforst am heutigen Samstag als Tabellenführer den einzig verbliebenen großen Verfolger SV Großen Taft. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Die Hausherren haben alle zwölf Spiele bisher gewonnen. Eine riesen Ausbeute. Der SV Großen Taft hatte bis letzte Woche alle elf Spiele gewonnen, verlor, dann aber zu Hause gegen Haselbach und steht deshalb vielleicht ein bisschen unter Druck. Alle hatten so ein bisschen gehofft, vielleicht kommt der alte MFA-Fighter Christian Eckerlin hier zum Einsatz. Aber nein, er war heute nicht dabei, noch nicht im Aufgebot des SV Großen Taft, vielleicht in der kommenden Woche. Rein ins Topspiel, die erste Situation, Dennis Melon über die rechte Seite und der Torwart von Großen Taft, Adam Gütschli, sicher. Ja, es war ein höchst unterhaltsames Spiel mit jeder Menge Torszenen. Es war packend, es war spannend, so wie hier. Die Flanke von Patrick Lesser abgewehrt und dann kommt Radome Flick und das war das erste Hallo von Großen Taft in dieser Partie. Ja, knapp 600 Zuschauer waren hier in Rückers. Eine tolle Kulisse und dieses Spiel hatte es verdient. Achtung, schnell ausgeführter Freistoß von Julian Mackenroth. Patrick Lesser pflückt sich das Ding runter und dann steht es 0 zu 1 in der 14. Spielminute. GDSV Großen Taft mit diesem kleinen Geniestreich hier in Führung. Die Hälfte des Tores geht auf die Kappe von Julian Mackenroth. Nächste Situation, wieder Großen Taft, wieder Patrick Lesser, Gino Schwab, wieder Lesser und dann ein klasse Ball raus auf Parvez Adel. Der hat die Möglichkeit, setzt sich durch, aber klasse pariert von Tom Weigl im Tor, der SG Braavos. Ja, es ging hoch und runter, es gab jede Menge Torchancen. So wie hier wieder Parvez Adel, dann abgefangen und dann geht es schnell in die andere Richtung. Achtung, der lange Ball gleich, klasse gemacht, die Abwehr ist ausgehebelt. Dann marschiert Marvin Rützel gemeinsam mit Dennis Mehler aufs Tor. Rützel macht es alleine und da ist der Ausgleich Mitte der ersten Halbzeit, 26. Minute und damit sind wir wieder bei drei Punkten Vorsprung für die SG Braavos angekommen. Aber Großen Taft wollte natürlich hier unbedingt den Rückstand verringern. Man wollte ausgleichen nach Punkten wieder und so spielte man hier auch. Ein Offensivspektakel für die Zuschauer und dann klasse gemacht, der Ball in die Mitte und da steht Gino Schwab nach Patrick Lesser, der zweite Altmeister, der heute zuschlägt. Gespielt 32 Minuten und jetzt liegt der SV Großen Taft 2 zur 1 in Führung. Stand jetzt nach Punkten ist man Pari. Ja und dann gab es etliche so Halbchancen noch hier vor der Pause und schließlich noch diese Szene, die letzte Situation der ersten Halbzeit, klasse Ball von Steffen König nach draußen, der Ball in die Mitte, aber dann kommt wieder Gütschli vor Julian Helm. Pausenstand 2 zu 1 für den SV Großen Taft. Normalerweise würdet ihr an dieser Stelle einen lustigen Werbesketch sehen. Aber im Thema Nachhaltigkeit machen selbst wir keine Witze. Und deshalb freuen wir uns Holzbau Goodman als Partner gewonnen zu haben. Denn Holzbau Goodman baut nicht nur schöne, sondern auch nachhaltige Häuser. Ihre Häuser sind energieeffizient, nutzen erneuerbare Energien und setzen auf Umweltfondiges Material. Mit Holzbau Goodman gestalten wir gemeinsam eine grünere Zukunft. Also wenn ihr gerade auf der Suche nach eurem Traumhaus seid, besucht gutmannhaus.de oder kommt einfach direkt nach Brand. Nachhaltige Grüße gehen raus. Der zweite Durchgang wird hochspannend. Die Mannschaft aus Brafurst, jetzt wütend von der ersten Minute an, berannte man das Tor der Gäste. Dieses 1 zu 2 wollte man nicht auf sich sitzen lassen. Steffen König mit der ersten Vorlage, da kommt der Ball in die Mitte, abgeschlossen von Julian Helm am langen Pfosten vorbei. Die Fans der SG Brafurst, ja hier noch mit langen Gesichtern, schließlich waren beide Teams punktgleich. Aber man weiß, jedes Tor kann die Tabellensituation in so einem Spitzenspiel wieder völlig auf den Kopf stellen. Vielleicht ja jetzt. Wieder Steffen König. Klasse angetrieben hier vom Spielertrainer. Der Ball kommt und wieder Gütschli im Tor verhindert den Ausgleich. Wie gesagt, Brafurst zu Beginn der zweiten Halbzeit mega offensiv. Ein Eckball für die Hausherren. Abgewehrt, aber er bleibt brutal scharf. Wieder raus der Ball und die nächste Flanke segelt in die Mitte. Und da kommt der Kopfball direkt übers Tor. Diesmal war es Florian Völker, der zu hoch ansetzt. Friedrich Wald mit diesem Ball hier genau in die Füße der Brafurster. Und dann kommt wieder Marvin Rützel, knallt den Ball an den Pfosten. Und dann musste er doch drin sein. Unglaublich. Julian Helm aus zwei Meter übers Tor. Ja, und das kostet hier beim Oktoberfest nachher garantiert noch eine Kiste für die Teamkollegen. Aber er musste sich nicht lange schmollen, denn Grundgroßenthaft kam zunächst nicht viel. Und Brafurst hatte hier im zweiten Durchgang zunächst alles im Griff. Bis hierher. Und dann kommt die erste Situation wieder. Patrick Lesser, immer gefährlich vorne natürlich. Und Weigelt fängt den Ball ab. Wir sind in der 60. 62. Spielminute. Der SG Brafurst drängt und drängt und will hier mit Macht den Ausgleich. Der Ball kommt nach vorne. Klasse auf die linke Seite. Die Hereingabe in die Mitte. Da versäumt zunächst noch Dennis Mehler. Aber dann steht Florian Völker goldrichtig. Ausgleich für die Hausherren gespielt in diesem Moment genau 62 Minuten. Und da sind es wieder drei Punkte Vorsprung in der Tabelle. Brafurst jetzt mal wieder im Rückwärtsgang. Patrick Lesser hier. Immer wieder an fast jeder Szene nach vorne war er natürlich beteiligt hier. Der Routinier. Und Achtung, er fällt ihm vor die Füße. Aber er kriegt nicht mehr genug Druck dahinter. Sonst wäre vielleicht hier großen Taft wieder in Führung gegangen. So aber die entscheidende Situation. 69. Spielminute. Freistoß für die SG Brafurst. Zunächst abgewehrt. Und gleich kommt der zweite Ball in die Mitte. Den pflückt sich jetzt Florian Völker mit der Brust runter. Wird er von hinten geschoben? Ja, die Tafter sagen nein. Aber Brafurst sagt ja. Und auch Schiedsrichter Hendrik Paris sagt, das war Elfmeter. Strafstoß in der 69. Minute für die SG Brafurst. Marvin Rützel legt sich den Ball zurecht und schnürt den Doppelpack. Spiel gedreht. Aus 0 zu 1 und 1 zu 2 wird ein 3 zu 2. Und damit wieder sechs Punkte jetzt Vorsprung in der Tabelle. Ja, und es sieht so aus, als könnte man auch das 13. Spiel der Hinrunde und damit das letzte Hinrundenspiel gewinnen. Aber noch ist noch nicht Schluss. Wieder großen Taft. Es war wirklich spannend bis zur letzten Sekunde. Und dann diese Möglichkeit hier für Parvez Adl nach dem abgewehrten Ball von Julian Magenroth. Fast das 3 zu 3. Wie geht es weiter? Schafft großen Taft hier noch den Ausgleich? Die nächste Situation. Patrick Lesser aufgepasst hier im Zweikampf mit Benjamin Reit. Gelb verwarnt und er steigte ihn von hinten in die Hacken. Ja, Paddy, da brauchst du dich nicht zu beschweren. Mit zehn Minuten Zeitstrafe bist du hier gut bedient. Zehn Minuten runter. Der Spielertrainer von großen Taft. Das war die 78. Spielminute. Aber kaum war Patrick Lesser wieder auf dem Feld, da erwischt es einen von der SG Brafurst, nämlich Dennis Mehler. Hier aufgepasst auf den Neuner von, ja, Brafurst. Und das gibt dann natürlich zehn Minuten. Das ist unsportlich. 89. Spielminute. Und die letzten Minuten samt Nachspielzeit. Jetzt also großen Taftenüberzahl. Ja, passiert hier noch was? Vielleicht jetzt. Letzte Szene des Spiels. Wir sind in der Nachspielzeit. Patrick Lesser, eine etwas zu weite Flanke. Und dann kommt noch ein Auftritt von Julian Mattenroth. Erst erläuft er sich hier den Ball und dann, zack, den ersten umspielt. Und, zack, am zweiten vorbei. Der Ball in die Mitte. Schafft großen Taft hier noch das 3 zu 3. Patrick Lesser, abgewehrt. Der zweite Ball aus dem Hintergrund. Es bleibt mega spannend. Und dann ist Schluss hier. Aus und vorbei. Die SG Brafurst gewinnt das Spitzenspiel der A-Liga. Hünfeld-Hersfeld. Und jetzt brechen hier alle Dämme. Und damit hat man alle 13 Hinrundenspiele gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was für eine Serie. Und nun liegt die Mannschaft aus Brafurst mit stolzen sechs Punkten vorne. Hier eine tolle Szene von Erdem Gütschli. Er geht zum Schiri. Er sagt, Mensch, war das wirklich Elfmeter? Aber so kann das nachher sein. Sportlich fair, alles in Ordnung. Ja, und großen Taft muss sich strecken. Will man die SG Brafurst hier noch abfangen. Sportlich fair, alles in Ordnung. Ja, und großen Taft muss sich strecken.